So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokemon Go und ich habe es wieder mal genau richtig gemacht. Ich habe zwar gestern Abend noch ein Video aufgenommen, wo ich gesagt habe, das kommt heute um 10 Uhr. Jetzt konnte ich es mir nicht nehmen lassen, das trotzdem gestern Abend direkt noch zu veröffentlichen, weil ich ja 15 Uhr was anderes habe. Und siehe da, kurz nachdem ich mich ins Bett gelegt habe, kam schon wieder eine neue News und so kann ich diese neue News dann jetzt auch abends aufnehmen, aber dann für 10 Uhr machen, sodass 15 Uhr trotzdem ein Video kommt, weil das sonst alles zu durcheinander ist und ich euch trotzdem alles zeigen möchte und meinen Senf immer dazu geben möchte. Wir wussten ja schon, beziehungsweise haben in den Februar News gesehen, dass Kopidos in der Inkarnationsform am Valentinstag einen Top Raid, Raid Day, bekommt. Also, nicht Raid Day, das eigentlich muss man den Begriff direkt wieder streichen, sonst denken die Leute, was, da erhöhte Shiny-Rade und freie Pässe, 6 Stück, 5 Stück an der Arena. Nein, das Ding ist das allererste Mal da. Das ist nicht Shiny, das sind Top Raids. Dazu kann man auch nicht einladen, es gibt keine Fan Raids, ihr könnt keine Fan Raid Pässe nutzen. Und, wenn es so ist wie immer, finden Top Raids ja sowieso nur an X-Rade-Arenen statt und X-Rade-Arenen sind meistens die, die in irgendwelchen Grünanlagen oder Parks sind und als X-Rade-Arenen eigentlich auch gekennzeichnet sind. In der Form jetzt hier, hatten wir das glaube ich noch gar nicht mit diesen verschiedenen Zeiten, sonst war immer 11 Uhr, 14 Uhr und 17 Uhr, konnten Top Raids erscheinen und wenn ihr 11 X-Rade-Arenen hattet, da war es vielleicht, dass 11 Uhr die 3 Arenen waren, dann war 14 Uhr die 2 Arenen und 17 Uhr war dann die Arena. Das sind zwar insgesamt nur 6 statt 11 Arenen, aber ist ja erstmal egal, das sollte ja nur ein Beispiel sein. Jetzt steht nichts da mit X-Rade-Arenen, aber es müsste trotzdem weiterhin so sein und das lässt nämlich noch ein bisschen Fragen offen. Erstmal guckt ihr euch das an, das passt ja zum Valentinstag, wir haben ja die ganzen anderen Wolkengeister in Pokémon Go drin. Kubidos hat bisher noch gefehlt, sieht ein bisschen dämonisch aus, ist schön rosa auf einer Wolke, hat da so eine komische Schlange um seinen Hals mit Herzen drauf. Ist das überhaupt eine Schlange? Sieht auf jeden Fall interessant aus, ist neu, kann man ja mal mitnehmen. Ich würde an diesem Tag natürlich versuchen, einen einzigen Raid vor Ort zu machen, für den Pokédex-Eintrag, dann reicht mir das. Das ist Free-to-Play. Wenn ihr natürlich flüchtet und ich den nicht kriege, dann muss ich an dem Tag natürlich noch einen anderen machen. Ruft eure Freunde zusammen, Kubidos in der Inkarnationsform erscheint bei Top-Rades. Kubidos an den folgenden Zeiten bei Top-Rades, es steht immer noch nichts dabei von X-Rade-Arenen. Alles am Mittwoch, dem 14. Februar, um 12 Uhr, 13 Uhr, 17 Uhr und 18 Uhr. Also nicht 11, 14 und 17, sondern um 12 Uhr und um 13 Uhr und um 17 Uhr und um 18 Uhr. Ist jetzt um 12 Uhr an jeder Arena Kubidos und ihr könnt den dort raiden und um 13 Uhr dann nochmal. Also die sind ja immer eine halbe Stunde nur da. Wenn das erscheint, ist das ja nur eine halbe Stunde da. Ja, anders als andere Rades, die 45 Minuten da sind, sind Top-Rades nur 30 Minuten lang auf. Du kannst nur 30 Minuten lang raiden. Ich glaube aber nicht, dass das den ganzen Tag so einnimmt. Wahrscheinlich ist das doch nur an X-Rade-Arenen. Du musst gucken, an welcher X-Rade-Arenen um 12 Uhr so ein Ding ist. Und wenn an einer keiner ist, ist der vielleicht um 13, 17 oder 18 Uhr dann da. Wir haben jetzt nicht drei Zeiten, wir haben vier Zeiten, was zusätzlich auch noch ist der Siegbonus. Wenn ihr den besiegt im Raid, unabhängig davon, ob ihr fangt oder nicht, erscheinen um die Arena rum. In der Nähe der Arena, 30 Minuten lang. Verschiedene Flug- und Fee-Pokémon. Aber nur bei der Arena, wo der Raid-Kampf stattgefunden hat. Pipi, Pummeluf, Snubbul, Schwalbini, Fleckenuil, Emolga, Geronimat, Statiri, Parfi, Flauschling sind hier genannt. Brauche ich alle nicht, ist mir eigentlich alles wurscht. Pipi, Pummeluf könnte für die GBL vielleicht interessant sein. Für den einen oder anderen. Shiny-Jäger können hier mal gucken, was noch shiny sein kann. Nämlich alles außer Emolga. Emolga, ja, nee, Statiri, GBL, vielleicht. Also, was sind Top-Rates? Hier ist nochmal was aufgelistet. Top-Rates sind eine schwierigere Variante der regulären Raid-Kämpfe. Sie entstehen aus besonderen Raid-Eiern. Die 24 Stunden brauchen, um zu schlüpfen. Das ist schon mal gut. Das heißt, ihr könnt also dann einen Tag vorher schon sehen, dass in 24 Stunden an dieser Arena dort was aufgeht. Und könnt euch schon verabreden und was planen und sagen, dass ihr euch morgen alle um 12 Uhr dort trefft. So. Sobald das Raid-Ei geschlüpft ist, kann der Top-Rate-Boss für 30 Minuten herausgefordert werden. Allerdings müsst ihr dafür persönlich vor Ort sein. Trummelt eure Freunde zusammen und stellt euch auf einen epischen Kampf ein. Damals, als wir noch Top-Rates gemacht haben, uns um die Wurst ging, als Hoopa drin war, da habe ich ja alle drei Zeiten abgegrast, immer versucht, drei Raids in der halben Stunde zu schaffen, von einem zum anderen zu fahren, habe das gestreamt. Und dann habt ihr, kennt ihr vielleicht noch die Szene, als ich da am Raid stand, im Stream, bei so einem Kindergarten davor in so einer Arena und plötzlich klopft es ans Auto und da kommt so ein Typ angelaufen und sagt, hallo, ich bin der Timo aus Bayreuth. Und ich gucke immer deine Videos, ich gucke immer deine Streams und ich dachte, Hildburghausen ist nicht so weit entfernt. Du bist ja dann eh unterwegs und du hast ja schon gesagt, welche Arena das ist. Da bin ich erst mal nach Hildburghausen gefahren und habe die Arena gesucht. Und da stehst du gerade und da habe ich erst mal hallo gesagt. Das war richtig cool. So habe ich den Timo kennengelernt, der dann auch zu meinem Geburtstag kam, so wie andere aus der Community, als wir an der Werra da gezeltet und gehaust haben. Das war toll, aber das war das erste Mal, dass ich Timo kennengelernt habe. Auch beim Umzug war der da dabei an dem Wochenende, hat da geholfen und so weiter. Das ist cool. Grüße gehen raus an Timo. Das ist alles durch Top Raids entstanden, vor Ort, wie der da einfach war und mitgemacht hat. Trommelt eure Freunde zusammen, stellt euch einen epischen Kampf. Wenn ihr Kupidos in der Inkarnationsform bei einem Top Raid besiegt, habt ihr die Chance, das Pokémon zu fangen. Denkt dran, es ist nicht möglich, mit Fernraid-Pasen an Top Raids teilzunehmen. Da bin ich mal gespannt, wo hier X-Raiderinnen sind und wann was wie wo aufgeht und dass wir vielleicht gemeinsam einen Raid machen mit Video und ich den dann hochlade und zeige, dass ich einen Kupidos gefangen habe, wenn es nicht flieht. Ansonsten habt ihr Bock auf Kupidos? Werdet ihr da 1000 Raids machen? Reicht euch der Pogedex-Eintrag? Wie findet ihr Top Raids allgemein? Gut, schlecht oder nicht so? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.